Wir haben Mittwoch, den 15.02.2017, es ist 20.06 Uhr und mein YouTube-Kanal BarnardTV hat 347 Abonnenten und 57.800... Oh, noch was Klicks, liebe Leute, ja. Heute geht's wieder mal um das BarnardTV-Bundesliga-Tippspiel und zwar um die 10. Runde, ja, um den 21. Spieltag, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht in der Bundesliga, ja. Und für alle neuen Zuschauer, die jetzt neu dazugekommen sind, erkläre ich nochmal ganz kurz die Regeln, ja. Wir machen hier bei BarnardTV ein Bundesliga-Tippspiel und zwar hat jeder Abonnent hier die Möglichkeit, unter allen Videos, die ich vor den Spieltagen poste, wie dieses hier, ja, eure Tipps abzugeben in den Kommentaren zu den Bundesliga-Begegnungen, ja. Ihr habt dafür bis spätestens eine Stunde vor Spielbeginn am Freitag, Samstag oder Sonntag Zeit, ja. Wollt ihr komplett mitspielen, dann müsst ihr bis eine Stunde vor den Freitagsspielen eure Tipps abgeben, ja. Verschlaft ihr das, könnt ihr immer noch die Samstags- und Sonntagsspiele tippen, dürft ihr das Freitagsspiel aber natürlich nicht mehr tippen und so weiter. Sonntagsspiel genauso, ja. Ihr gebt eure Tipps ab, alle Begegnungen, ja. Solltet ihr das Ergebnis von einem Spiel richtig tippen, kriegt ihr drei Punkte, tippt ihr die richtige Tendenz, gibt es einen Punkt, ja. Am Ende von jedem Spieltag mache ich eine Analyse eurer Tipps, ja, werte sie aus und teile euch eure Ergebnisse mit und mache dann eine Sendung, wo ich alle Ergebnisse preisgebe und die aktuelle Tabelle veröffentliche, ja. Diese ist dann die komplette Woche über in allen Videos am Ende zu finden und da seht ihr eure aktuelle Platzierung. Am Ende der Saison gibt es auch einen Preis für denjenigen, der der Tippkönig in der BurnoutTV-Bundesliga-Tippspielrunde ist. Und zwar kriegt ihr von BurnoutTV, also von mir quasi, eine Stehplatzkarte für euren Lieblingsvereinen gesponsert, ja. Und man munkelt, ja, sollte ich, ich nehme nämlich auch teil an diesem Wettbewerb, der Tippkönig sein am Ende der Saison. Dann legen einige Abonnenten zusammen und schenken mir eine Stehplatzkarte für ein Eintrachtsspiel meiner Wahl. Das finde ich phänomenal, das ist eine geile Sache und das macht das Ganze nur noch spannender, liebe Leute, ja. Aber kommen wir jetzt mal zu meinen Ergebnissen, ja, für diesen Spieltag. Und zwar Augsburg-Leverkusen 1-2. Dortmund-Wolfsburg 2-1. Dortmund, ich weiß nicht, was da gerade abgeht, aber dennoch denke ich mal, dass sie das machen werden. Mainz-Bremen 2-1. Hertha-Bayern 1-3. Hoffenheim-Darmstadt 2-0. Eintracht-Ingolstadt 3-0. HSV-Freiburg. Boah, HSV, da tut sich was und Freiburg ist gar nicht mal so schwach, die sind eigentlich ziemlich gut. Dennoch würde ich hier 1-1 tippen. Gladbach-Leipzig, boah, das ist schwer. Ja, Leipzig irgendwie, ja, irgendwie scheinen hier ein wenig zu schwächeln, ein wenig. Und Gladbach ist komplett im Aufwinter. Ich sag jetzt einfach mal 1-2, was soll's, ja. Und Köln, Schalke 1-2. Das war meine Tipps, liebe Leute, ja. Schreibt mir eure Tipps unter das Video, ja. Ihr dürft eure Kommentare nur einmal abgeben, ja. Oder wenn ihr irgendwas falsch gemacht habt, löscht ihr euren Kommentar und macht ihn komplett neu. Denn bearbeitet wird hier nichts, denn das zählt als Täuschungsversuch, liebe Leute. Und wird da nicht gewertet für den jeweiligen Spieltag, ja. In diesem Sinne, viel Glück euch allen, viel Erfolg, ja. Ich bin gespannt, ja, wer diesen Spieltag die meisten Punkte abräumt. Letzten Spieltag war das ja 1900 Newcomer. Die Spitze ist auch nicht sehr weit. Ich hol mir die Spitze, liebe Leute. Glaubt es mir, ja. Zeigt mir, was ihr drauf habt, ja. Haut rein. Geht mir, was ihr drauf habt.